Hallo zusammen, mich hier ist wieder heute, tschadaa, und heute möchte ich euch heute für euch in Battlefest wieder unterwegs und zwar wollte ich euch heute wieder so einen kleinen Mountguide präsentieren. Heute geht es nämlich wieder um ein schickes Alpaka-Mount, und zwar diesmal das Alpaka-Mount aus Uldum und das schimpft sich hier Frühlingsfell-Alpaka. Und ja, weil ich das letzte Mal vergessen habe, das Mounty-Mount zu zeigen, machen wir das jetzt gleich mal als erstes. Ihr seht, das hüpft hier so lustig rum, wenn man das Mounty-Mount macht, sieht echt ganz cool aus. Und das haben übrigens alle drei Alpakas, und zwar kann ich die einmal zeigen. Wir haben einmal das Frühlingsfell-Alpaka, das ist das, was wir uns heute anschauen wollen. Dann das Schlüpf-Riegel-Fink-Hoof, das habe ich das letzte Mal schon gezeigt, Video auch in der Mount-Reihe mit drin. Und dann haben wir noch Molly, das werden wir uns dann noch anschauen, sobald der World-Boss ab ist. So, erstmal jetzt aber zum Frühlings-Hoof-Alpaka, diesem schicken kleinen Mount hier. Und zwar, was müsst ihr machen? Ihr müsst einmal in die Zone hier Uldum. Was machen wir in Uldum? Wir fliegen hier den kompletten Fluss von oben bis unten ab, also hier komplett, und suchen uns ein Kraut. Was für ein Kraut brauchen wir? Ihr müsst hier kein Kräuterkundler sein, das kann jeder aufmachen, und zwar dieses Kraut hier. Gersal-Strauch heißt das, und das machen wir jetzt mal auf, und da bekommen wir ein bestimmtes Blatt raus, und das nennt sich Gersal-Blätter. Und dieses brauchen wir wiederum, um das quasi an so ein Alpaka füttern zu können. Und ja, wo können diese Sträucher, beziehungsweise die Blätter droppen? Hier am kompletten Fluss entlang, also ihr müsst einfach gucken, hier haben wir zum Beispiel schon wieder eins, also die sind gar nicht so selten tatsächlich, wenn ihr nicht gerade zu einer Uhrzeit da rumfliegt, wo da halt alle unterwegs sind. Also die müsst ihr aufsammeln, und ihr braucht die, um, wie gesagt, das Alpaka zu füttern, das hier in der ganzen Zone unterwegs ist. Ich kann euch mal ein paar Punkte zeigen, ich habe mir da mal ein Bild rausgesucht, jetzt tun wir das mal ein bisschen vergrößern. Also ihr seht, hier haben wir die verschiedenen Punkte, wo wir die Kräuter finden können. Da sind jetzt ein paar eingezeichnet auf dem Blatt hier, beziehungsweise auf der Map hier. Das kann aber fast überall sein, also vor allem hier unten sind relativ viele. Hier, was ich euch da raten kann, es gibt ein Add-on, das schimpft sich Handy-Nodes und dann Vision of a Zot, also ihr braucht Handy-Nodes. Und dann noch das Unter-Add-on Vision of, also Handy-Nodes und Handy-Nodes Vision of a Zot. Und dann seht ihr die Sachen auf der Karte. Ich kann es euch leider auf meiner Karte nicht mehr zeigen, weil sobald ihr das Mount habt, blendet es das aus, weil ihr habt es ja schon. Deswegen kann ich es euch jetzt nicht zeigen. Und dann gibt es noch die Spawn-Punkte quasi von dem Alpaka. Und ihr seht, da gibt es auch einige in dem Handy-Nodes-Add-on, sind die alle auf der Map angezeigt. Also wenn ihr das Add-on habt, dann seht ihr die auch dementsprechend auf der Map. Wir haben hier 1, 2, 3, 4, 5, 6 und hier oben habe ich meins gefangen. Das ist jetzt hier auf dem Bild gar nicht dran, also ein siebtes auf jeden Fall. Und ja, wie gesagt, hole ich euch das Add-on, dann seht ihr das auch ganz easy auf der Map. Was macht ihr jetzt? Ihr holt euch das Kraut. Und sobald ihr das Kraut habt, schaut ihr, dass ihr so ein Alpaka findet und dann könnt ihr das füttern. Das Alpaka bleibt ein paar Minuten da. Ihr könnt andere Leute in eine Gruppe einladen und die kriegen das auch. Und ihr müsst dieses Alpaka 7 Mal hintereinander füttern. Es ist eine Daily-Quest, also ihr könnt es nur einmal am Tag machen. Und dementsprechend habt ihr dann nach 7 Tagen euer Mount. Wichtige kleine Randinformationen. Warum hat der Täler das jetzt schon am 2. Tag bzw. sich hat es schon am 1. Tag, wenn man 7 Tage hintereinander füttern muss? Es gab anscheinend einen kleinen Bug. Wenn Leute aus eurer Gruppe das gefüttert haben, dann hat das auch für euch gezählt, dass dementsprechend eine Daily-Quest abgeschlossen worden ist. Und ich war da in mehreren Gruppen drin und die haben die Alpaka gefüttert und dementsprechend hat das gezählt. Und am Ende konnte ich das Alpaka direkt abgeben. War anscheinend ein Bug. Blizzard hat ihn über die Nacht gefixt. Die Leute, die anscheinend das Mount dadurch schon vorbekommen haben, dürfen es behalten, wie es scheint. Ich habe es auf jeden Fall noch. Ich habe jetzt nicht aktiv das getriggert, aber man macht halt eine Gruppe auf, wenn man das Mount findet oder das Alpaka findet und dann geben es halt andere ab. Also es hat sich nicht mal vermeiden lassen, wenn man nett ist. Dementsprechend haben jetzt da einige Leute das Mount schon früher. Aber für euch, die das jetzt erst farmen, sei gesagt, 7 Tage ist jetzt auch nicht so krass und dann habt ihr euer Alpaka-Mount. Ich kann euch jetzt nochmal kurz zeigen, wo ich das aufgemacht habe. Und zwar, machen wir da mal hier den Sound einmal aus, dass ihr das nicht ertragen müsst. Und zwar seht ihr, hier ist dieses Alpaka und bei mir haben es hier schon ein paar Leute in der Gruppe abgegeben. Und dann konnte ich quasi nach dem siebten Mal, wo jemand die Quest abgegeben hat, einfach nochmal eine Quest bekommen. Dann konnte ich es nochmal abgeben und habe das Alpaka-Mount im Moment gehabt. Mehr ist es nicht. Hier seht ihr jetzt nochmal, wo ich stand, hier oben. Das war bei der, ja, hier in Uldum quasi. Und das war da, wo, ja, das eine Bild jetzt quasi das nicht gezeigt hat. Aber hier oben ist quasi auch nochmal ein Spot. Und wenn ihr, wie gesagt, das Add-on runterladet, Handy-Notes und dann Vision of Ensort, dann habt ihr auf jeden Fall alle Spots auf der Map. Gut, das war es soweit mit dem Alpaka-Mount-Guide. Ich hoffe, dem einen oder anderen sei damit geholfen. Und ja, ich wünsche euch viel Glück beim Kräuterfarmen bzw. auch beim Alpaka-Suchen. Kleiner Tipp am Rande, es gibt hier öfter Gruppen. Einfach nach Alpaka, Alpaka, so rum, suchen. Und dann gibt es öfter mal Gruppen. Und da könnt ihr einfach quasi reinjoinen. Und die haben dann meistens schon das Mount gefunden. Und dann könnt ihr einfach nur noch euer Zeug abgeben. Genau. Gut, das war es. Ich hoffe, ihr findet es. Alpaka bald. Euer Tela. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao.